Aber das sieht richtig geil aus. Das sieht aus wie so ein Rettung. Ja, da hat man so eine Zwingung. Ja, da hat man so eine Zwingung. Ja, da hat man so eine Zwingung. 15.42 Uhr von Gleis 4. RG 61 nach München-Hauptfahrhof über München-Parsing. Planmäßige Abfahrt. 15.58 Uhr. Heute voraussichtlich um 16.02 Uhr von Gleis 1. Wir verarschen.